Das wird langsam wie, ich packe meinen Koffer hier, weil ich merken muss, was für ein Scheiß ich getan habe zu Beginn. Das heißt, wir rufen jetzt am besten wieder an. Ich glaube, mit einem normalen Gespräch kommen wir am weitesten, oder? Was? Bei ihr? Also, nee, wenn wir mit ihm reden, kommen wir nicht am weitesten mit einem normalen Gespräch? Also, ich meine, inzwischen kannst du ja alles sagen. Du hast ja jetzt die ganzen Punkte, die du sagen musst, damit sie halt... Ja. Am besten isst du erst mal den Kuchen zum Runterkommen, danach kannst du so weiter machen. Aber was tun wir denn jetzt? Rufen wir ihn einfach wieder an und labern dann mit ihm? Okay. Ich überhöre... Nee, ich muss, ich muss ja sagen, ich muss ja sagen, wie alles läuft, damit ich mit ihr über die Vergangenheit reden kann, ne? Ich habe die mal alle Fragen bei der Babykleidung durch. Ich habe die Antimon. Das haben wir schon gemacht, Kai. Sie hat gelogen. Moment. Hat sie gelogen? Warte, was? Ich habe mich nicht aufgepasst, oder? Er hat gesagt, ihr Bruder war das. Und sie hat geantwortet, ich habe einen Bruder? Sie hat doch vorhin ihm gesagt, dass sie einen Bruder hat. Hat sie gelogen, als sie gesagt hat... Ah, stimmt, ja. Sie hat gesagt, sie hat einen Bruder, und jetzt gerade wusste sie nichts davon. Also, hat sie ihn angelogen, als... Jetzt hat sie ihn angelogen. Sie hat sich über ihre Vergangenheit reden. Andere Themen? Sie fragen, ob sie mit ihr tanzen will. Sie waren aber überrascht, weil sie den Halbbruder lange verdrängt hat. Du hast, Bruder? Er ist der Körner. Wie haben wir ihn gefunden? Ich weiß nicht. Niemand hat mir gesagt, dass er mich nicht mehr hat. Ich weiß nicht, dass er seinen Namen hat. Okay, was ist das? Ich war zwei Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine... Ich weiß nicht, dass der Körner gesagt hat, dass er meinen Vater hatte, richtig? Genau? Vielleicht war er dann da? Aber du... Warum hast du mir immer so lange? Ich meine... Wie war ich dir? Hi, schön, dass du dich an. Ich habe meinen Vater getötet. Ich wollte mich nicht näher kommen, aber du bist so persistente. Ich glaube... Ich wollte nur glauben, dass ich bin, wer du glaubst warst. Aber, ich glaube, das ist jetzt vorbei, oder? Und wir sollten herausfinden, wer der Bruder war. Okay, Punkt bei Niki, Dankeschön. Nee, okay, sie wird ja gar nicht überreden. Äh, seid ihr sicher, dass ihr beim Essen alle Gespräche hattet? Ne, wir wissen nicht, wie das... Oh doch, wir wissen wie das Kind... Das Baby hatte doch irgendwie den Namen von... Seiner Mutter. Seiner Mutter. Und der Name war irgendwas mit C, glaube ich. Oder? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ja. Gute Nights haben wir schon mal gespielt. Shadow Dave. Okay, wir... ...tell ihm die Wahrheit. Okay. Wir tanzen mal eine Runde. Dahlia? Der Name hätte auch Dahlia sein können, ich weiß nicht mehr. Ach, mit Dahlia. Ach, mit Dahlia. Ach, Mann. Zeit für das Essen? Ja, das kann sein. Guck mal, ich habe meinen Appetit verloren. Du könntest es versuchen. Okay. Warten wir uns dann ankommen. Dann reden wir jetzt gleich mal mit ihm. Mein Bruder? Hey, Bumblebee. Was ist das? Hast du die Tochter angerufen? Ja, ich habe die Tochter angerufen. Ich glaube, wie der Polizist von damals wissen. Wir fragen ihn gleich mal. Okay, okay, okay. Wir gucken mal, wir gucken mal. Es gibt ja Möglichkeiten, Leute. Es gibt ja Möglichkeiten. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut, Schatz. Alles gut, Schatz. Nee, Christoph, kann ich den Chat nicht wirklich lesen? Okay. Also Christoph, willst du den Chat nicht? Doch, siehst den Chat. Aber ich muss ja gerade wem beauffassen. Ich gerade macht Maria von... Oh, sch... Oh, sch... Ja. Nein, ich will... Please, let me talk. Nein. Nein. Let me talk. Hey! Enough with this. That's... Babe. Look at me. Uh-uh. You don't get to talk with me. Listen, I fucking warned you. Okay. Oh, you fucking idiot. Okay, wir gucken mal mal. Was kann man... Was kann man sagen? Der Polizist gibt die Nanny-Infos nur gefesselt. Also ich schreibe alles auf, was wir noch wissen müssen. Okay, der Polizist gibt die Nanny-Infos nur gefesselt. Alles klar. Der Polizist gibt also nur gefesselt. Das bedeutet, ich werde meine Frau noch mal vergiften, dann fessele ich den Polizisten, schieße ihm ins Bein, frage ihm, wie die Nanny heißt. Alles klar? Alles klar. Das machen wir jetzt noch, Leute. Das machen wir noch. So. Okay. Perfekt. Ja. Sehr schön. Der arme Typ, der hat schon so viele Stromschläge bekommen. Der muss ruhiger sein. Der weckt sonst meine Nachbarn. Brauche ich das Polaroid-Bild wieder? Zack, 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 zack. So. Fesseln wir ihn mal, und dann fragen wir ihn. Aster Mann. Okay. Und immer wieder fällt er drauf rein. So ein Idiot. Mach auf, Junge. Mach auf, ich will dich nicht anschießen müssen. Und dann, ich weiß nicht, dass sie nicht so weit ist. Hallo. Hör dich. Sie hat nicht ... Was? Ich glaube jetzt. Deine Frau wissen Sie, dass Sie so machen? Und die uns zack? Oh, dass sie eine Beobachtung? Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich bin hier für deine Frau. Ah, das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich glaube, du musst mich erzählen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Es war so lange vor. Komm schon, es muss sich da sein. Ihr Name? Daphne? Daisy, vielleicht. Eine Art flower. Eine flower? Das ist das beste du kannst? Es ist der Name von unserer Mutter. Dania. Warte, unsere Mutter war das Kindermädchen? Unsere Mutter war das Kindermädchen. Wir sind der Bruder, der ihn umgebracht hat? Warte, was? Sind wir ihr Halbbruder? Sind wir der Halbbruder von unserer Frau? Okay, vielleicht denke ich ganz zu weit. Warte, warte, ganz zu weit. Ich möchte kurz einmal durchgehen. Also, stellt euch mal Folgendes vor, okay? Unsere Mutter, Dahlia. Unsere Mutter ist die Nanny gewesen damals. Und sie hat mit ihm ein Kind erzeugt, was der Mörder war. Äh, das Monster war. Wir sind dieses Kind, was damals entstanden ist. Mit anderen Worten, wir sind vielleicht der Mörder des Vaters, der gerade beschuldigt wird. Und wir sind Halbbruder von unserer Frau, mit der wir ein Kind gezeugt haben. Sicher? Versteht ihr? Versteht ihr? Alles ergibt Sinn. Das ist es, oder? Das ist es. Oh mein Gott. Das ist es. Das ist einfach nur eine Story über Inzest. Halb-Inzest. Ja. Oh mein Gott. Humpernicke sagt richtig. Ist das die Nanny, die er mit dem Gespräch hatte? Oh. Ja. Dahlia. Das ist es. Ihr Name war Dahlia. Nein, nein, nein. Bitte Gott. Er begreift es gerade auch. Wir sind der Onkel unserer Tochter. Lass dich scheiden. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Huch. Haben wir es geschafft? Ich weiß. Mussten wir nur herausfinden, dass wir der Onkel unserer Tochter sind? Wenn wir noch ein Kind kriegen, ist es dann ihr Cousin? Ja. Was passiert jetzt? Moment, jetzt haben wir eine Minute früher Zeit oder zwei Minuten früher Zeit? Hey, komm an. Was? 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 Du musst sie jetzt nicht wissen. Dass es alles an ihr shouldn't schicken ist. Du willst meine Antworten wissen? Ja, ich system. Aber vielleicht... Vielleicht sie nicht wissen, vielleicht wir können einfach glücklich sein. Was? Das können wir einfach von ihr rausnehmen? Man ist mir darauf hingestet, und nichts sagen? Na also, du senst mich anzulich, wie nichts falsch ist. What if she gets pregnant you want me to just keep this secret from her from my daughter We just pretend to be happy. I don't know people pretend to be happy all the time You don't love her you snake if you loved her you wouldn't lie to her. She deserves better than you you fucking idiot You are so naive so stupid Oh nein Alter ist die Story gut Die sagen alle wir haben das Tutorial geschafft. Jetzt fängt es an Das ist ein Joke von euch oder? Nee ich glaub nicht jetzt kann man die Enten erst erreichen hat Jan geschrieben Okay No 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 I can't fucking me How could I forget Honey babe are you No no you stay back Hey it's me it's me it's okay It's okay Don't touch me Stay away Talk to me Whoa Oh 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 Alter It can't be true Tutorial fertig Wie viele Stunden sitzen wir an einem Tutorial Ich mein ich freu mich das Game ist echt krass gut Jetzt hat sich das Gemälde verändert Oh Ihnen fällt das auch nicht auf Okay Okay Leute Das Spiel ist ultra krass Im Menü ist übrigens jetzt hier ein kleiner Strich entstanden Ich hoffe das bedeutet nicht dass wir bis 12 Minuten spielen müssen Aber dann haben wir noch sehr viel vor uns Aber dann haben wir noch sehr viel vor uns Ja 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 Ja